Jo moin Leute und Servus zu diesem neuen Video am fünften Spieltag der Regionalliga Bayern Saison 20, 22, 23 mit den Predictions. Los geht's. Heute um 19 Uhr. SV Alstetten unterliegt gegen 1. FC Schweinfurt 05 zu Hause mit 3 zu 5. Dann um morgen um 14 Uhr Spielvereinigung. Gräuter führt zu 2. Verlitt zu Hause gegen DJK Filzing mit 2 zu 4. Wacker Burghausen gewinnt zu Hause gegen den Spielvereinigung. Unterachin 3 zu 1. FC Würzburger Kicker gegen Spielvereinigung Arnsbach 09. Das gewinnt Arnsbach mit 1 zu 2. Dann 1. FC Nürnberg 2 gewinnt zu Hause gegen FC Pippin Fried mit 3 zu 2. Dann um 17 Uhr Spielvereinigung Hangofen Heiligen. Spiel gegen VfB Eichstätt 1 zu 1 unentschieden. TSV Aufstadt gegen Tuguchi München 0 zu 5 für Tuguchi. Dann TSV Rhein gegen Illertissen 0 zu 0 unentschieden. Und übermorgen um 14 Uhr FC Augsburg spielt gegen TSV Buchbach Remis 1 zu 1. Und der FC Bayern München 2 gegen Viktoria Aschaffenburg. Das gewinnen die Bayern Amateure mit 2 zu 0. So, das war's vom fünften Spieltag der Regionalliga Bayern Saison 20, 22, 23 mit dem Pusikchen. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nehme ich das Glöckchen, das nicht verkündet und aktiviert. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Und bis dann, Goodkick und Servus. See ya, Abo.